ARD Text im Auftrag von Funk Oh, na, was haben wir denn hier? So ein süßes kleines Hundchen. Oh, wie niedlich. Er zeigt auch sein kleines Bäuchlein. Ich weiß was. Geben wir ihm doch das Schnitzel, das übrig geblieben ist. Hier, kleines Hundilein. Das ist ein guter Hund. Von dem kannst du was lernen, Katze. Das ist ein guter Hund. Oh, die Brezeln sind fantastisch. Und so schön verkringelt. Sie sind aus Käsebrot gemacht. Ah, superlecker. Hey da, die Wolke sieht aus wie die verrückte Katze von den Müllers. Aber nicht annähernd so verrückt. Apropos verrückt. Müssen wir raten? Ich hoffe sehr, denn sonst meint die Katze einen Wehrwolf. Ein Wehrwolf oder eine verrückte, durchgedrehte Katze mit aufgeweichtem Gehirn? Was? Das ist ein süßes kleines Hundi-Bundi. Es ist so süß wie ein Apfelstrudel, wie es mit dem Schwänzchen wackelt. Hör auf damit, ich krieg Hunger. Die ängstliche Katze hat sogar Angst vor dem kleinen Hundchen. Oh, wie niedlich. Geben wir ihm was zu knabbern für den leeren Magen. Mocht schnell, mocht schnell. Hör auf, du räudige Katze. Lass das unschuldige Hundchen zufrieden. Mocht schnell, mocht schnell. Fleischerei. Lass das unschuldige Kinder und monasterleugierend. Lass das nicht zusammen im Netz, wenn die pesar des Lebensverser�elle ist. Lass das nicht, wenn die